Leider erleben HIV-positive Menschen immer wieder Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Ihnen begegnen Vorurteile, die unbegründet sind. HIV-positive Mitarbeitende stellen keine Gefahr für ihre Umgebung dar. Darüber hinaus sind sie genauso kreativ, kompetent und leistungsfähig. Wir bei Bosch machen uns stark für eine offene, wertschätzende und diskriminierungsfreie Arbeitskultur, in der alle Mitarbeitenden ihr Talent und ihre Kreativität bestmöglich einbringen können, ohne Furcht vor Ausgrenzung. Deshalb setzen wir ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV oder anderen chronischen Erkrankungen und für einen respektvollen und offenen Umgang im Arbeitsleben. Wir sind davon überzeugt, Vielfalt ist unser Vorteil. Wir sind davon überzeugt, Vielfalt ist unser Vorteil.